Jo Leute, was geht ab? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Das dritte Video. Heute spielen wir Bloons. Ja, wir spielen unter Bloons. Denn, ich hab euch was zu sagen. Es geht zwar um dieses 4K. Ja, manche werden sagen, oh nein, oh nein. Ja, weil ich hatte das schon, wirklich, ich hatte das hundertmal. Ähm, ja, ich wollte euch sagen nur, also, manche denken, ja, okay, keine Ahnung, du kannst dir nichts leisten mit iPhone 5 oder so, nimmst du ganzen Videos aufeinander. Stimmt nicht. Denn meine Videos sind nur in 4K, denn, ja, ich nehme mit einem etwas besseren Handy auf. Und zwar ist das ein Samsung Galaxy S7 Edge. Ja, okay, manche werden mir das nicht glauben. Das ist mir auch scheißegal. Ja, und deswegen, ich wollte euch nur das gesagt haben. Denn, äh, ja, was soll ich sagen? Manche, manche haben schon gesehen, dass ich so 4K habe auf Handy. Also, 1.440p. Und ich schwöre euch, also, ich schwöre es euch, ne? Manche YouTuber haben 1.080p. und ich habe 1.440p. Das ist in 4K. Manche werden mir das nicht glauben. Das ist mir auch scheißegal, ja? Aber Hauptsache, ihr glaubt mir, oder es ist mir eigentlich egal, was die anderen sagen, oder egal was. Aber diese 4K-Story und so weiter, das geht nur mit einem 4K-Handy. Deswegen, wenn ihr ein, keine Ahnung, iPhone 7 habt, das geht. Aber ein iPhone 6, ähm, ich glaube nicht, dass es funktioniert, aber ein 6 Plus, das geht schon wieder. Also, ich hoffe es. Ich weiß es jetzt nicht ganz. Bei Samsung ist es auch schon wieder mal was anderes, denn das ist besser, das ist besser und so weiter. Das S8 ist ja auch schon rausgekommen. Das ist ja auch jetzt schon wieder was anderes und, ja. Also, manche von euch glauben hier nicht, manche schon. Ich hoffe nur, dass ihr mir glaubt, aber zurück zum eigentlichen Thema. Also, Ballons spielen wir heute, wie ihr uns schwer erkennen könnt. Also, wir sind jetzt schon Runde 7. Es ging eigentlich richtig schnell, diese Rede. Ich dachte, das wird schon etwas 5 Minuten oder sowas dauern, aber ich habe nur ein paar Minuten etwas gequatscht. Ich glaube noch nicht mal. Ich glaube 2, 3 Minuten habe ich gequatscht. Aber ist jetzt auch egal, denn wir schaffen heute, also ich will unbedingt, ich habe alles nämlich von neu gestartet. Wio! Ich habe es gar nicht gesehen. Okay, Leute, okay, okay, okay. Leute, ich will ja hier diese 3 Sachen noch freischalten. Das wird dann mega geil. Ich habe ja Bluens wieder gelöscht und dann wieder neu installiert. Das kostet zwar, aber ich habe mir das ja schon gekauft und alles. Und deswegen kann ich mir das löschen, so viel ich will, und runterladen, wie viel ich will. das ist jetzt auch egal. Und ja. Also das ist jetzt auch egal. 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 Jetzt machen wir einfach weiter. ja okay wir haben uns jetzt was freigeschaltet das ist geil das ist geil wir haben uns freigeschaltet leute ich glaube ja ich glaube noch ja morgen kommt ja noch ein video also es kommen eigentlich jeden tag videos also kommen jeden tag videos bis zu drei vier stück vielleicht auch mehr aber ich weiß es nicht wenn ich mal ein zwei tage keine videos machen dann heißt es ich kann wirklich nicht ich will jetzt auch nicht angeben oder sonst irgendwas ich werde vielleicht drei tage wieder kein videos machen denn ich fahre mit meinen eltern nach paris vielleicht nur und da gibt es kein internet ja wir haben auch da also mein vater der braucht unbedingt internet denn es ist aus geschäftlichen gründen aber es jetzt auch für euch uninteressant denn ja wir haben auch da nachgefragt da gibt es leider kein internet deswegen kein clash royal kein youtube balloons geht aber ich kann ohne internet kann ich das halt nicht hochladen das ist schon doof halt deswegen es tut mir leid wenn drei tage kein videos kommen aber ich sag euch das auch wann es passieren wird ne also ich sag ich jetzt nicht also ich sag euch das ne ich gehe jetzt morgen nach paris mit meinen eltern und meine schwester und dann wisst ihr eigentlich schon bescheid morgen übermorgen und über übermorgen da gibt es keine videos und ja dann wird es dir ist eigentlich schon wissen so aber zum rück hier müssen jetzt ein paar mehr affen machen so ok soll jetzt richtig oft hier upgraden dann ist das auch geil dann schießen die schneller sind besser hier können wir können noch nichts upgraden egal ich war auf super affe ich spare auf super affe oder kostet 3500 ich kann okay ich verkaufe das tue das hier rein easy guckt euch das mal an alter das ist richtig geil diese bomben brauchen wir hier ok 2 1 boom super denn wir brauchen auch unbedingt diese kanone hier bomben turm 650 ok wir brauchen 650 vielleicht habe ich diese magel ding was platziert oh scheiße 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 ja sauber jetzt haben wir richtig viel geld verloren egal so so yo jetzt kommen diese metal ballons nicht mehr ja genau ok ich spare jetzt einfach auf 3500 ich kaufe mir noch diese palme hier so ok 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 ich brauche doch diese maschine wo ist die sind na 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 ok jetzt muss ich selber nägel machen oh scheiße 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 ja ich hab kein geld mehr ich kann nichts machen Leute ich kann nichts machen nein nein ich hab nur ver scheiße scheiße 110 lebe 110 lebe 110 lebe 110 110 lebe 110 scheiße ja ich muss jetzt unbedingt sparen es klappt das nicht ja ich brauche diese nage maschine so fertig fertig so viele ballons so viele ballons ich brauche etwas hilfe ok ok weiter weiter wir zocken einfach weiter egal ok wir sind schon runde 37 bei runde 65 beende ich das video das war eigentlich schon immer so denn da sollte nein da sollte da eigentlich schon alles auch vorbei sein du hast du das wieder 20.000 Jahre fertig ok ok ich komme durcheinander alter alter nein 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 komm 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 nein nein was ist das nicht nein noo scheiße och scheiße bei 38 noo oh man na leute tut mir leid aber das war's mit diesem video liked abonniert und teilt dieses video bitte weiter aber sonst tschau und bis morgen oder vielleicht bis später denn vielleicht kommt noch ein Clash Royale Video tschau